Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde prasselt auf die Kantonspolizei St. Gallen Informationen. Die Herausforderung ist jetzt, welche Informationen relevant sind und welche Informationen nicht relevant sind. Die Kantonspolizei St. Gallen hat seit 2016 eine Lagebildapplikation entwickelt, die genau die Antwort auf diese Herausforderungen ist. Die Lagebildapplikation steht uns auch als Mobile-Version zur Verfügung. So sind wir in der Lage, um ereignisbasiert und ortsunabhängig unsere Einsätze zu bewältigen und die sicherheitsrelevante Informationen aus unserer Umgebung dazu zu nutzen. Wir haben in der Deutschschweiz mehr als 10 Blaulichtorganisationen, wie zum Beispiel Schutz und Rettung Zürich, Stadtpolizei Zürich oder auch Kartonspolizei Zürich, die an dieser Ostschweizer Innovationen partizipieren konnten. Die Nomination des Leader Digital Award bedeutet für uns Bestätigung, dass wir Zeichen der Zeit im Bereich Informationsmanagement bei der Kantonspolizei St. Gallen erkannt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir uns im Rahmen des Awards mit anderen coolen Innovationen der Ostschweiz im digitalen Bereich messen können. Die Online-Consulting AG Wiel und die Kantonspolizei St. Gallen haben eine digitale Lagebildapplikation entwickelt, die Polizeipatrouillen unterwegs, fast in Real-Time. Alle relevanten Informationen für den Einsatz visuell darstellt. Die Daten werden zentral gesammelt und von Redaktoren aufbereitet. Die Informationen sind so wesentlich aktueller, was nicht zuletzt die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöht.